Tag 11 der Adventskalender-Gewinnspiele. Nachdem mein gestriges Video, warum auch immer, gesperrt wurde, muss ich euch heute Tag 9, Tag 10 und Tag 11 zeigen. Ja, ich habe es einfach vergessen, die Videos zu drehen von Tag 9. Tag 10 habe ich es gedreht, aber es wurde gesperrt, warum auch immer, deswegen zeige ich es euch heute. Es gab wieder eine Gewinnbestätigung, darüber bin ich sogar sehr stolz. Ich muss zwar ein Meeting nächste Woche, das Online-Meeting da noch mitmachen, aber wenn alles gut läuft, kriege ich es vielleicht zugesendet. Auf jeden Fall sage ich euch am Sonntag, was in dem Meeting war. Ich kann euch sagen, ich habe einen Sparplan gewonnen und wahrscheinlich noch Gold. Das Gewinnspiel ging nämlich um Gold und wenn es gut läuft, kriege ich ein Gramm Gold zugesendet. Das hoffe ich natürlich und das wäre mega, wenn ich Gold kriege. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal Tag 9 vom Adventskalender. Das war der leckere Sekt von Ficken. Ich trinke gern Ficken. Ich hoffe, der Sekt schmeckt. Der Tag 10 war diese Kochcreme, wer meinen Produkttesterkanal auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich die schon getestet habe und sie leider nicht so mein Fall war, aber vielleicht habe ich das falsche Gericht benutzt. Ja, sonst war nichts mit dabei und jetzt hole ich noch Tag 11. Das ist was Großes. Treffen die Pfirschen runter. Schau mal hier leckeres Tee. Oh, riecht der gut. Von D-Person Wellness Tee, der ist auch bestimmt sehr teuer. Ja, darauf freue ich mich, den zu probieren und wir sehen uns morgen. Bis denn.